Der Bitcoin-Kurs steht bei 37.100 US-Dollar. Ihr seht es hier neben mir, die rote Wand, sie setzt sich fort, die Korrektur am Kryptomarkt. Sie geht erstmal weiter, weil wirklich wenig los ist, wenn auch in der letzten Woche vor allem die politischen Themen rund um Bitcoin, rund um Krypto sehr interessant wurden. Genau das wollen wir jetzt ein bisschen einordnen. Wie sieht es aus in den USA zwischen Verbot und Akzeptanz und vielleicht sogar Bitcoin als Währung? Wir gucken uns die ganze Situation an und es gibt noch viele andere spannende Daten und Fakten, die uns die aktuelle Situation ein bisschen besser einschätzen lassen und uns auch eine Antwort darauf geben, wie nah wir dem Boden jetzt eigentlich schon gekommen sind und wie es dann in den nächsten Wochen, Monaten vielleicht auch weitergeht. Ich würde sagen, jetzt aber erstmal zurücklehnen, anschneiden und dann viel Spaß beim Update. Hi, mein Name ist Mirko und ich hoffe, es geht euch gut da draußen. Mit dem neuen Mini-Intro geht es jetzt gleich direkt rein in die Kurse, aber vorher nochmal eine Information in eigener Sache und zwar diese hier. Ihr habt ja immer viele Fragen, die könnt ihr immer gerne unten in die Kommentare stellen. Ich beantworte und lese jeden Kommentar, wenn möglich, auch ausführlich. Aber wenn ihr wirklich Fragen habt und ein bisschen mehr Infos wollt, geht gerne hier mal auf den Twitch-Kanal. Da bin ich heute wieder um 18 Uhr live, auch am Mittwoch und freitags 18 Uhr in der Regel. Guckt auf den Sendeplan, da beantworte ich eure Fragen. Und wenn ihr die dann auch noch beantwortet wissen wollt, dann empfehle ich euch auf jeden Fall nochmal den YouTube-Kanal Crypto2Go auch abzuchecken. Findet ihr alles unten in der Beschreibung. Das ist nämlich der Zweitkanal, quasi die Zusammenfassung von den besten und wichtigsten Fragen. So, da ist nämlich ein cooles neues Format, es lohnt sich, aber wir gucken jetzt erstmal hier rein. Und zwar in die Kurse, in die Kacheln, die blutrot sind. Ja, so krass will ich es jetzt noch nicht sagen, aber die sind auf jeden Fall nicht so toll. Ein Start in die Woche könnte durchaus besser sein. Also auf Tagesbasis Solana, vor allem Altcoins, stark im Minus. Bitcoin mit fast 2% im Minus, noch einigermaßen okay. Wenn wir uns das Ganze mal bei Coin, äh, bei Coin, sag ich schon. Es gibt viele verschiedene Börsen, wenn ihr die richtigen sucht, auch unten in der Beschreibung. Wir gucken hier bei Binance mal drauf, USDT, das Trading-Paar. Und ja, ein ruhiges Wochenende, wo wirklich, wirklich wenig passiert ist. Wenig Handelsvolumen, wenig Action, um dann hier heute Morgen nochmal so ein bisschen, also heute Morgen, das war heute Nacht bei uns, nochmal so einen kleinen Kick nach unten zu geben, die asiatischen Märkte ein bisschen was abverkauft. Aber so richtig wild, so richtig turbulent, kann man jetzt nicht sagen, dass es so wäre. Wir gucken mal auf ein mögliches Szenario, was uns Will Clemente hier aufgezeichnet hat. Und ja, das zeigt uns, wo wir gerade eigentlich in Krypto, beziehungsweise Bitcoin tatsächlich sind. Und zwar zwischen Resistance und Support. Also zwischen einem Widerstand und einer Unterstützung. Eigentlich in einem Tunnel, von dem ich ausgehe, dass wir in diesem Tunnel auch noch in den nächsten Wochen bleiben werden. Das ist jetzt kurz und schmerzlos, um ehrlich zu sein. Aber wo sollen die Impulse herkommen? Wir gucken uns jetzt die wichtigen Daten, auch News noch weiter an. Aber es fehlt. Wir haben zumindest ein bisschen Hoffnungsschimmer, wenn wir mal hier drauf schauen. History repeats CoinSignal hat es geschrieben. Er hat sich die Exchange Volumes angeguckt, beziehungsweise das, was auf den Deposits, was auf den Exchanges draufkommt, im Zusammenhang auch mit Short Liquidations. Und da sehen wir zumindest mal ein Szenario, was wir aus dem Sommer kennen, aus dem Mai, Juni, wo es dann zu einem Short Squeeze auch durchaus mal gekommen ist. Ich nehme das jetzt noch nicht so krass mit. Deswegen gehen wir auch direkt zum nächsten Punkt, die Nupils. Nupil ist ein sehr interessanter Punkt, wie man so ein bisschen auch den Markt und das Sentiment einordnen kann. Nupil steht für Net Unrealized Profit and Loss. Das gucken wir uns gleich an, was das eigentlich konkret bedeutet. Denn ich würde euch das nicht immer nur zeigen, sondern euch auch ein bisschen erklären. Und wenn wir uns den Nupil mal angucken von Bitcoin im Juli, dann sehen wir jetzt ein aktuell ähnliches Szenario. Wir sind auf einem Wert von ungefähr 0,34. Also durchaus vielleicht die Möglichkeit, hier eine kleine Recovery wie im Oktober zu starten. Kann durchaus sein. Sehe ich aber jetzt in den nächsten Wochen noch nicht krass kommen. Aber dass nochmal so eine kleine Korrektur nach oben kommt, das zeige ich euch gleich nochmal bei meinem persönlichen Marktausblick, wenn wir da am Ende, beziehungsweise später nochmal drauf schauen. Jetzt nochmal kurz zum Net Unrealized Profit and Loss, der kurz genannt auch Nupil genannt wird. Das ist das Market Cap minus Realized Cap durch Market Cap geteilt. Also ein Faktor, der uns letztendlich sagt, wie stehen die Hodler, wie stehen die Investoren gerade im Markt da. Ist dieser Wert positiv, dann bedeutet das, dass die Hodler gerade aktuell im Gewinn sind. Also wir sind aktuell immer noch in einer guten Phase. Und das sehen wir auch, wenn wir uns allein mal auch Altcoins, also klar geht es jetzt um Krypto, aber wenn wir uns das Ganze mal angucken und auf Yeli mal stellen, auf Jahresbasis, dann sind wir durchaus zwar nicht mehr mit allen, aber schon noch deutlich im Plus. Also da geht noch ein bisschen was. Jetzt darf ich das aber nicht verlieren. Wo war es hier? Gott, wo ist der Nupil? Wo ist der Nupil? Nein, das wollte ich auch noch nicht zeigen. Hier ist er. Kleiner Nupil bedeutet dann eben entsprechend, dass die Leute im Verlust sind. Und interessant, man kann ja auch Markttrends eben auch erkennen. Und wir sind gerade in einem abfallenden Trend. Das heißt, Selling, Pressure geht runter. Und man sieht aber auch, und das sieht man auch, wenn man sich die aktuellen Zahlen anguckt, dass wir trotzdem noch an einem Punkt sind, wo wir noch nicht von einer krassen Kapitulation sprechen können, sondern eher von so einer Art schleichenden Tod. Weswegen ich eben auch davon ausgehe, dass wir nicht sterben oder jetzt ins Bodenlose fallen, aber dass wir eher seitwärts negativ trendieren. Vielleicht mal mit Tendenzen nach oben. Aber wir haben diese krasse Kapitulation im Markt einfach noch gar nicht gesehen. Anderes Szenario, was ich euch schon gerade kurz geleakt hatte, hat uns Rikus gezeigt hier von Twitter, der uns hier zeigt, dass wir in einem guten Swing sein könnten in Bezug auf das Jahr 2021. Und hier sein Szenario auf jeden Fall mal aufzeigen will und es nicht ungesehen gelassen will. Er hat hier dann quasi wirklich die Candles auf den Strich prognostiziert. Ich bin sehr gespannt. Also ich bin wirklich an einem Punkt, wo man auch sagen muss, jetzt in der Marktphase jetzt, die von Makro-Themen, von makropolitischen und geopolitischen Themen dominiert wird, dass es schwierig ist, hier wirklich mit solchen Sachen was vorauszusagen. Aber, und das ist jetzt das große Aber, vom grundsätzlichen Verlauf hier bin ich gar nicht so davon weg. Und das sehen wir gleich, wie gesagt, dann nochmal am Ende, beziehungsweise später, wenn ich dann nochmal zu meiner persönlichen Prognose komme, März, Mai, also dass wir jetzt durchaus eine Seitwärtsphase leben, dann mit einem Push, vielleicht irgendwann, wenn sich so die Erholung eintritt, aber dann wirklich nochmal mit etwas mehr Depressionen, um dann erst, um dann erst wirklich die endgültige Akkumulationsphase auszulösen und dann vielleicht nochmal einen richtigen Bullrun zu erleben. Da muss aber auch, und das ist wichtig, das Marktsentiment passen. Die Stimmung muss am Markt passen und es braucht Nachfrage. Nachfrage, Nachfrage, Nachfrage. Wir wissen, die Supply-Seite, Supply-Schock, Supply-Ratio, hatte ich ja alles schon tausendmal gezeigt. Das sieht super aus. Das ist natürlich toll, wenn die Hodler auch durchhalten, sag ich mal, und das Angebot hier ein bisschen reduzieren auf der Seite, ist gut, wenn die Nachfrage dann steigt, die muss dann aber auch kommen. Und die Whales, die haben zumindest jetzt mal ein kleines Lebenszeichen wieder von sich geschickt, in den letzten Tagen, in der letzten Woche vor allem. Da wurde nochmal einiges aufgesammelt, das zeigt uns diese Grafik hier. Wir sehen also hier diesen Tipp, also diesen starken Anstieg der grünen Linie, das ist ein Indikator dafür, dass Whales über 1000 BTC nochmal ein bisschen mehr aufgesammelt haben, zugenommen haben. Also mehr Schwergewicht im Markt ist oder kann durchaus ein positives Szenario sein, ist aber nicht alles. Denn der Blick, der geht gerade auf die Finanzmärkte. Dort werden die Kurse gemacht, die Korrelation von Krypto- und Aktienmärkten so groß wie seit langer Zeit nicht mehr, beziehungsweise eigentlich seit dem Corona-Crash sind wir eben genau in diesem Feld. Ich erkläre es ja immer wieder, wie wichtig es ist, das einfach zu verstehen und richtig einzuordnen. Die Märkte insgesamt heute erholt, der DAX gleich den Plus, 1,29 ist schon ganz gut, aber erstmal noch nicht viel mehr. Wir warten auf die US-Märkte, die geben hier den Ton gerade aktuell einfach zu stark an. Man wartet auf Inflationsdaten, viele andere Fakten, kriegt ihr alles bei mir im Finanzkanal. Die Bonds, das ist nochmal so ein wichtiger Indikator und da zeige ich euch mal, beziehungsweise guckt erstmal auf diese Linie, wie die steigt. Das sind wirklich Performances, die man sich eigentlich für Kryptos oder für sonst irgendwas wünschen würde. nachhaltig, richtig schön nach oben. Das sind die 2-Jahres-Bonds in den USA, die stark gestiegen sind, genauso wie auch die 10-Jahres-Bonds, vor allem im Vergleich. Guckt euch das mal an hier zu den Börsen oder auch zum Bitcoin. Das ist schon brutal. Da hat es massive Anstiege gegeben und das zeigt, oder geht eben wieder in eine Richtung, Risiko wird aus dem Markt rausgenommen und darunter leiden vor allem Tech-Aktien, Risiko-Assets und da zählt Krypto ganz klar dazu. Und die Tech-Aktien, die sind im Bärenmarkt übrigens. Da fangen wir mal ganz ab. Die sind seit Oktober, November ganz klar im Bärenmarkt, ganz klarer Tendenz und wir sind genau in einer ähnlichen Phase, was Krypto angeht. Bitcoin als Währung in Arizona und Texas, das ist so ein bisschen der nächste Hoffnungsschimmer. Das große Thema in der nächsten Woche, die USA jetzt mit ganz wichtigen Entscheidungen in Bezug auf das, was mit Krypto passieren wird. Denn die beiden Administrationen ist ja jetzt hier dabei, ein bisschen in die Regulatorik reinzugehen. Wir wollen aber erstmal die positive Seite sehen beziehungsweise das andere muss auch nicht negativ sein. Aber es ist zumindest mal in Arizona jetzt offiziell, es wurde Bitcoin als Legal Tender vorgeschlagen, also als offizielle Währung. Es gibt einen Gesetzentwurf, der allerdings erstmal durch alle Instanzen muss. Und dann ist auch noch die große Frage, die ganz große Frage, kann Arizona das überhaupt für sich als Land, als Bundesstaat in den USA entscheiden, Bitcoin als Währung offiziell zu akzeptieren? Hier scheiden sich so ein bisschen die Geister und die Stimmungen. Es wird so sein müssen, dass das Ganze nochmal dann durch den Kongress müsste. Also die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Gesetzentwurf durchgeht, sind wir mal bei aller Liebe, ist nicht wirklich groß. Aber man sieht zumindest die Staaten, die in den USA stellen sich auf. Texas zum Beispiel auch. Jetzt ist er ja auch Wahlkampf. Da gesehen natürlich Bitcoin und Krypto große Wahlkampfthemen, gerade in Texas, wo es mittlerweile viele Miner gibt, die rübergewandert sind. Nachdem eben in China es den großen Crackdown gab, hier gibt es eine Grafik, die jetzt nochmal so ein bisschen zeigt. Das sind die Country-Shares von Bitcoin Mining Power und die USA hier eben mit Rot, ich mache es nochmal ein bisschen größer, sind hier ein ganz großer Anteilseigner geworden. Texas spielt da eben eine wichtige Rolle. Natürlich ist es ein Wahlkampfthema, weil es Krypto-Thema polarisiert, aber auch jede Menge Chancen verspricht. Und ja, da sind die beiden Staaten jetzt unterwegs. Wir wissen auch, grundsätzlich in New York gibt es jetzt einen Bürgermeister, der sich in Krypto bezahlen lässt. In Miami ist man kryptofreundlich. Also die USA tendieren dazu, stark positiv in die Richtung sich zu entwickeln. Es gab das große Hearing im letzten Jahr und da war ja auch gute Stimmung. Da hat man ganz klar gesagt, nein, kein Bitcoin-Bahn, Krypto-Bahn, sondern wir wollen die Innovation, die Technologie für uns auch nutzen, einsetzen, aber richtig einordnen können. Jetzt schreibt mir doch mal, bevor wir gleich drauf gucken auf die USA, wie steht ihr aktuell zur politischen Situation? Wie wahrscheinlich seht ihr, ist das ein Land, wie vielleicht USA, beziehungsweise in Arizonas Bundesstaat, Bitcoin hat Zahlungsmittel akzeptiert. Die Favoriten auf den Papieren, auf den Abstimmungen bei CoinMarketCap sehen aktuell anders aus. Nennt mir mal eure, schreibt sie unten rein und gerne auch eure Stimmung zur aktuellen Marktlage. Natürlich, wie immer, gerne kommentiere ich dann auch entsprechend. Und hier seht ihr nochmal eine ganz kleine lustige Umfrage bei CoinMarketCap. Da ist Paraguay und Venezuela aktuell auf Platz 1, was das nächstmögliche Land angeht für eine Akzeptanz von Bitcoin als Währung. Spannend, spannend. Ich habe hier nochmal einen anderen Auswurf, ein bisschen in eine andere Richtung. Ich hatte gerade über das Mining-Thema gesprochen und hier seht ihr mal einen Vergleich von Bitcoin, von Bitcoins Energieverbrauch, vom Netzwerk, im Vergleich zu allen anderen, was wir auf der Geld verbrauchen. Und das sind 0,05 Prozent. Also es ist wirklich noch überschaubar. Und diese ganze Energiedebatte, sie flammt immer wieder auf und entsprechend ist die beiden Administrationen eben jetzt gerade dabei, ja ganz neue Regularien auf den Weg zu geben. Jetzt hat man natürlich erstmal Sorge, kommt das jetzt zum großen Bitcoin-Verbot in den USA? Himmel hilf, ich kann nicht mehr, was passiert denn jetzt? Erst Russland, dann USA und dann drehen die doch wieder alles rum. Leute, das Wichtigste ist, an dieser Stelle Ruhe zu bewahren, durchzuatmen und sich erstmal genau anzugucken, was wird eigentlich gemacht? Denn Regulierung bedeutet nicht immer Verbote. Ich habe viele Nachrichten bekommen, deswegen haben wir entsprechend hier den Titel auch erwähnt, damit die Leute, die diese Fragen stellen, das auch entsprechend immer wieder finden. Folgen Einschränkungen durch die beiden Administrationen. Erstmal ist klar, es soll eine Verordnung im Februar vielleicht kommen, vielleicht auch erst im März. Es wird ein Team gerade oder es ist ein Team gerade aufgestellt worden, die sich genau um diesen Sachverhalt kümmern sollen. Dann eben Joe Biden selbst höchstpersönlich hier die Vorschläge unterbreiten, um hier schnellstmöglich die Regulierung in die richtige Richtung zu schieben. Jetzt hat die USA eben, wie wir gerade schon gehört haben, so ein bisschen gespaltene Persönlichkeit. Es gibt neben den Befürwortern für Krypto und diejenigen, die enthusiastisch nach vorne preschen, auch durchaus eben negative Stimmen. Das ist ja ganz normal, ist bei uns glaube ich auch ähnlich. Es gibt Leute, die feiern es, es gibt Leute, die finden es nicht gut. Für mich ist aber klar, es wird ein Teil der Zukunft sein. Die Frage ist, wie lässt man diese Zukunft auf sich auch ein? Was macht man persönlich daraus und was machen eben die Staaten daraus? Die haben Interesse, eine eigene Währung vielleicht rauszubringen, CBDC, also eine eigene Währung haben die ja schon, eine eigene Kryptowährung vielleicht oder wie auch immer die es dann nennen werden. Da spielen so viele Interessen rein und da sind solche politischen Entscheidungen natürlich wichtig und sie werden in den nächsten Monaten auf jeden Fall mit an Zünglein an der Waage sein, wie das nächste Fundament für Krypto, für Bitcoin insgesamt aussieht. Ich persönlich gehe aber hier von einer positiven Regulierung aus, das heißt man versucht schon auch ein bisschen Kontrolle in das ganze System zu bekommen, aber hier nicht über zu regulieren, wie es jetzt zum Beispiel mit dem Hin und Her auch in Russland war, Bitcoin-Mining-Verbot, Krypto-Verbot und dann doch nicht und jetzt ist Russland auf einmal die größte Mining-Chance oder was auch immer. Also Leute, ordnet es für euch ein und entsprechend kehren wir jetzt erstmal weiter. Fakt ist, Regulierung, Politik, das werden Katalysatoren sein, die einen Punkt schaffen, ab dem wir dann eben oder auf dem wir dann auch weiter aufbauen können. Bis dahin sind wir in der Phase Unsicherheit. Unsicherheit ist oft oder in der Regel eher nicht so positiv für die Kurse, gerade dann, wenn die Stimmung sowieso eher ruhig und nicht so toll ist. Wir haben hier noch ein interessantes Experiment und zwar Spieltheorie ist ja ganz, ganz wichtiger Aspekt im Bitcoin-Ökosystem. Wer denkt, Bitcoin funktioniert wegen der Technologie, der liegt falsch, denn das System ist so ausgekügelt einfach, dass es funktioniert und Leute miteinander organisiert und entsprechend gibt es eben auch für die Länder die Entscheidung, Bitcoin zu bannen beziehungsweise Mining zu bannen oder nicht und die positiven Aspekte liegen auf der Hand. Neben Tax Revenue eben auch das Thema Energy Grids, also dass die Energienetzwerke hierdurch auch verbessert werden können, nachhaltiger, besser aufgebaut werden können. So, wenn man sich das mal anguckt, eigentlich kann es nur eine klare Entscheidung geben, man sollte Bitcoin-Mining nicht bannen. Ich gehe aber nicht nieder darauf ein, wir gehen mal lieber weiter in die News, sonst kommen wir nämlich gar nicht durch, dauert es uns nämlich zu lang. Wir gucken auf die USA wieder beziehungsweise die größten Vermögensverwalter, die sitzen nur mal in den USA, das ist BlackRock, das ist Fidelity, das ist Charles Schwab, das ist BNY Mellon, die zusammen über, wie viel sind das hier, 30 Billionen US-Dollar verwalten, die haben ein großes Interesse an Krypto. Wir wissen schon von ETFs, die auf den Weg gebracht werden sollen von den Playern, wir wissen eben auch auf den Fokus von hier Metaverse-ETFs, Krypto-ETFs, Blockchain-ETFs, also all die Möglichkeiten, ihren Kunden anzubieten, sich für diese Krypto-Bewegung, für diese neue Revolution, beziehungsweise neu ist sie eben nicht mehr, aber eben für die Evolution der digitalen Welt, dass man sich jedem aufstellen kann, das wollen sie ihren Kunden bieten, sie haben das meiste verwaltete Vermögen unter ihren Fittichen, und das ist natürlich Bullish für Krypto, langfristig, aber auch hier ist noch der Weg durch die SEC, die Spot-ETFs, das wird ein ganz großes Thema noch dieses Jahr. Ich bin noch skeptisch, ob es wirklich kommen wird, aber ich denke gerade das, was jetzt mit Joe Biden da passiert, könnte vielleicht dann auch bei der SEC so ein bisschen in die richtige Richtung lenken. Wir gucken nochmal auf JP Morgan, einen anderen Bankriese, der jetzt zwar nicht so viel Geld verwaltet wie BlackRock, aber der hat ein neues Price-Target rausgekommen. JP Morgan, ihr wisst, die springen gerne wie das Fällchen im Wind, es springt nicht, es weht, und ja, entsprechend sind auch deren Aussagen manchmal ein bisschen wirr, und die muss man auch da ein bisschen einordnen. Trotzdem fand ich es interessant, die haben ja nochmal eine Prognose gemacht im letzten Jahr, als wir noch im All-Time-High waren bei 69.000 von ungefähr, ich blende das jetzt mal aus, hilft euch eh nichts, das bisschen da zu sehen, 150.000 US, oder das war darauf basiert, wie auch die Korrelation zwischen Bitcoin und Gold ist, und auch die Volatilität der beiden Assets, und hier war ganz klar das Narrativ, Bitcoin wird das digitale Gold, wird Gold eben auch ganz viele Marktanteile abnehmen können, und in der Zukunft sehr, sehr wichtig. Stehe ich immer noch hinter, die Prognose hat sich jetzt aber insofern geändert, weil man eben sich doch enttäuscht sieht, auch die Korrelation zwischen Bitcoin und den Finanzmärkten doch größer war als erwartet, und entsprechend die Volatilität gegenüber Gold viel höher ist, was wenig überraschend ist, denn wir sind bei Krypto immer noch in der Innovationsphase und Preisfindungsphase, die ist nur mal volatil. Und ja, das neue Preisfield ist jetzt 38.000 US-Jahre langfristig, wir sind ungefähr gerade auf dem Niveau, also können wir uns auf eine lange Seitwärtslinie freuen, zumindest laut JP Morgan, die aber sicherlich ihre Prognose wieder anpassen werden, sobald die Preise steigen. Ihr seht, sie haben zumindest den richtigen Ansatz, also zumindest die richtige Idee. Bitcoin digital ist Gold, das ist das Narrativ, dafür braucht es aber noch sehr viel mehr Fundament, mehr Geld, damit eben die ganze Volatilität, gerade bei Bitcoin, auch nochmal weiter runter nimmt, und sich wirklich auch zeigt, ist Bitcoin eine Alternative zu Gold oder nicht? Und auch hier, seid ihr wieder gerne gefragt, schreibt mir unten rein, ist es eine Alternative zu Gold oder nicht? Sind wir schon so weit? Ich denke nicht, aber damit wollte ich jetzt eigentlich nicht beeinflussen. Wir gucken weiter auf die marktwichtigen Marktdaten, nämlich die Suchanfragen. Wir hatten Demand, wir hatten die Suchanfragen, beziehungsweise die Nachfrage, die ja sehr wichtig ist, damit ein positiver Kurs entsteht. Angebot, Nachfrage machen den Preis, ist das Angebot stabil? Und die Nachfrage hoch, steigt der Preis. Und wir sehen zumindest eine wirklich starke Erholung jetzt in der letzten Woche bei Bitcoin. Klar, hier war jetzt wirklich auch wieder ein bisschen Action im Markt und das müsst ihr auch nochmal so für euch ein bisschen einordnen. Wir sind jetzt gerade in einer Phase, und das kommt gleich nochmal in meine Einordnung wieder, wo wir eben gerade nochmal was Extremes erlebt haben, nämlich einen extremen Absturz. Und das sorgt immer auch für starkes Interesse. Entsprechend, die Suchanfragen steigen, aber der Bitcoin-Kurs nicht, weil nicht irgendwie die Leute jetzt losrennen und alle Krypto kaufen, sondern die stellen sich auf, fragen sich auch, was ist denn da los? NFT ist weiter auf Höchststand. Die haben die höchsten Suchanfragen jetzt überhaupt gerade den Peak erreicht. Also da ist nicht mehr viel Luft nach oben. Ist die Bubble da oder nicht? Ich habe das auf meinem Zweitkanal Crypto2Go ein Video zu gemacht. Ist NFT eine Blase? Spannende Antwort, klare Antwort und auch eine wichtige Erkenntnis vielleicht. Reingucken lohnt sich. Für den Greed-Index ist bei, ich mache mich kleiner, 20. Wir sehen also weiter Angst im Markt, aber nicht wirklich bewegende Dinge, die hier passieren. Und jetzt zoome ich nochmal ein bisschen raus, um euch nochmal den Index zu zeigen. Auf Einjahresbasis zeige ich auch immer wieder gerne, wir sind, und das biete ich auch immer wieder runter, in der gleichen Phase wie Mai, Juni, Juli. Und wir werden wohl auch noch in dieser Phase erstmal ein Stückchen bleiben. Müssen wir uns daran gewöhnen. Wir sind jetzt bei der Bitcoin-Dominanz, die ist bei 42,75. Auch recht stabil, aber auf einem positiven Niveau gegenüber den Altcoins. Die werden ein bisschen mehr abverkauft, entsprechend auch die Altcoin-Season, der Altcoin-Season-Index, bisschen unter Druck, auch so wie die Total Value Locks auf DeFi-Protokollen. Wir hatten Phantom ja zuletzt als einen der großen Gewinner. Jetzt ist da ein bisschen auch die Luft raus bei Terra, Avalanche, Solana, Phantom immer noch ganz gut aufgestellt, aber so aktuell passiert da nicht wirklich viel. Klar, DeFi-Protokolle werden genutzt, und sie werden auch weiter wichtig sein, denn gerade in der Phase von Niedrigzinspolitik werden alternative Möglichkeiten, um eben sich Yield oder Zinsen zu generieren, wichtiger werden. Und deswegen wird dazu auch noch was auf diesem Kanal kommen. Könnt ihr euch da freuen. Auch da könnt ihr gerne mal unten reinschreiben, welches Thema euch explizit interessiert und dann zeigen wir euch so ein bisschen, was es für Möglichkeiten gibt, Kryptozinsen zu verdienen. Wir gucken auf die NFTs, den NFT-Market. Da ist immer noch viel Wash-Trading drin durch Lux-Rare. Der Marktplatz immer noch relevanter, zumindest im Handelsvolumen. als OpenSea, aber die einzelnen Trader, man sieht es hier, oh, ihr seht gar nichts, man sieht es hier sehr deutlich, vergleichsweise wenig weiterhin. Aber ansonsten, die NFT ist weiter in Aufruhr, steigende Handelsvolumina, steigendes Interesse, und das nicht nur dank der steigenden Floor-Preise, die wir hier sehen. Die Bored Ape zum Beispiel, mittlerweile bei 300.000 US-Dollar Floor-Price. Man guckt das meistens ja in ETH, aber ich wollte euch mal die Dollarpreise zeigen, um es zu sehen. 116 ETH für einen Bored Ape. Ich wollte eigentlich auch einen haben, aber konnte für 60 mich nicht durchreißen. Mooncats, Coolcats, die haben jetzt die Pets, heute bringen die die raus. Also da ist auf jeden Fall Action, die Floor-Prices steigen, vor allem von den besseren Projekten, was heißt von den besseren, von den Blue-Chip-Projekten, wie man so schön sagt, aber durch die Bank weg. Das Interesse immer noch groß und wirklich explosiv, so explosiv, dass sogar jetzt nicht zum Weinen zumute ist, aber dass dieser Ape, den ihr hier neben mir seht, einen neuen Besitzer gefunden hat und der soll angeblich Justin Bieber sein, ist nicht offiziell bestätigt, aber sehr, sehr wahrscheinlich. Der hat 1,3 Millionen US-Dollar gekostet. Also Wahnsinn, was die Promis in den USA gerade wirklich in die Bored Apes reinjagen. Wir haben Paris Hilton letztens im Fernsehen gehabt, bei Jimmy Fallon, beide haben Bored Apes und man sieht eben die NFT-Bewegung, sie ist eine richtige Welle, die nicht mehr aufzuhalten ist, ist sie jetzt nachhaltig an dieser Stelle mit bunten Bildchen vielleicht nicht, aber mit all dem, was durch NFTs möglich sein wird, auf jeden Fall. Und gerade auch mit Hinblick darauf, dass gerade auch die großen Player, die Tech-Riesen, aber auch eben die Vermögensverwalter alle auf diese Trends setzen. Metaverse, Web3, Krypto. Es wird spannend, die digitale Welt, sie wird weiter wachsen und wir gucken jetzt aber erstmal nochmal auf die Gewinner- und Verlierer des Tages, da gibt es eher mehr Verlierer als Gewinner. Phantom dabei bei den Abverkäufen, Terra, also die Flamingo-Riegel ist auf jeden Fall unter Feuer, Avalanche ansonsten, wir haben ja durch die Bank weg eigentlich ja gute, doppelstellige Verluste, was nicht wirklich toll ist und bei den Gewinnern sehr, sehr rar gesät. Also wir sind, ja, mit keinem guten Start in der Woche unterwegs und jetzt nochmal zum Abschluss wieder meine Lieblingsgrafik, die Psychologie der Märkte, einfach um euch ein bisschen einzuordnen, wo wir stehen weiterhin in der Depressionsphase, für die, die neu dabei sind. Und wir sind in einer Phase, wo wir eben, ja nach krassen Emotionen, die positiv waren mit einem Rekordhoch, die dann aber auch negativ waren mit krassen Abstürzen, vor allem in den letzten Wochen, da kommt man eben dann in eine Marktphase und das spielt ja vielleicht selber, wo es einfach ruhiger wird, wo man sich weniger mit den Themen beschäftigt und wo entsprechend dann auch die Nachfrage runtergeht und das Makro-Sentiment die Überhand übernimmt und die ist nicht wirklich positiv, das heißt, diese Depressionsstimmung könnte durchaus weitergehen, aber nach Depressionen kommt auch ein Wandel, das ist der Disbelief, der Moment, in dem man wirklich an nichts mehr glaubt und das Blatt sich aber dann anfängt zu wenden, wo man in der Akkumulationsphase ist, in der Buy-Zone ist, in der wir noch nicht ganz angekommen sind, meiner Meinung nach, ich habe zwar schon aufgesammelt die Dips, aber die Depression muss erstmal durchgestanden sein und danach ist wieder Platz, ist wieder Raum für Wachstum, das hängt ja natürlich am Makro-Sentiment und das wird noch ein Weg zu gehen sein. Jetzt könnt ihr mir gerne unten reinschreiben, was ihr in dieser Woche erwartet, erwartet ihr große, starke Impulse, welche Richtung kann es gehen, nehmt mir einfach mal eine Zahl, Bitcoin-Kurs am Ende der Woche, dann schreibt ihr mir gerne unten rein, wenn euch das Video gefallen hat, liked davon, nicht vergessen, heute Abend 18 Uhr live bei Twitch, wenn ihr noch mehr Fragen habt, dann würde ich jetzt aber erstmal sagen, super startet euch trotzdem in die Woche, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao!